hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retropanner quätsich und heute ihr seht es es ist eines dieser klischee schlechten spiele für das super nintendo der michael hat sich das spiel gewünscht an dieser stelle viele grüße und vielen dank für deinen wunsch falls auch mal einen wunsch hat egal ob 8 oder 16 bit einfach in die kommentare es sollte halt ein schlechtes spiel sein was euch privat vielleicht geärgert hat was in der großen masse vielleicht gar nicht als schlecht irgendwie eingestuft wird im gesetz zu diesem spiel ich habe das spiel ehrlich gesagt ernsthaft noch nie so großartig gespielt und ich glaube es ist auch eher dadurch bekannt war das halt so kurios ist weil der namensgegene schack oder schack wird da so ausgesprochen ich habe keine ahnung war ein oder also war zumindest zu der zeit ein aktiver basketballer den guten mann gibt es glaube ich immer noch natürlich spielt wahrscheinlich nicht mehr aktiv basketball und war da irgendwie sehr berühmt und trat auch in videospielen auf seltsamer weise unter anderem in ein ja kampfspiel wie street fighter ein fighting game da trat er halt auf also was sich die da die marketing abteilung dabei gedacht hat ich weiß es nicht höchstens von wegen alles klar wir haben die lizenzen mit dieser berühmten person das müssen wir irgendwie ausschlachten was noch populär ja dieses mortal kombat und dieses straßen fighter dings das auch mal sowas machen anders kann ich mir echt nicht erklären aber ich will sagen wir spielen jetzt einfach mal rein mal gucken was daraus wird also grafisch technisch sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus es gibt dual story tournament und options ich will sagen wir schauen mal kurz in die story rein mal gucken was uns da präsentiert wird und wie sie dieses szenario irgendwie erklären also okay jetzt downtown tokyo and i'm checking out the local sites on the day of my all stars charity game win also erst falls ihr nicht so gut englisch könnt ihr ist tokio unterwegs und ein bisschen zeit ziehen quasi machen vor sein charity spiel i stumbled upon a small kung fu dojo with an old man inside okay er stoppert über einen alten kung fu dojo mit einem alten mann da drin mal gucken was er sagt ich bin gespannt greetings big warrior you are the one from the stars i presume i thought i would never live to see the day okay der alte mann freut sich dass er den chuck sieht und er kennt ihn anscheinend keine ahnung i'm an all star if that's what you mean we have a game tonight would you like to come it's going to be quite a battle even though it's for charity also also der alte mann sagt hey du bist einer der stars und der chuck denkt das ist er den all stars meint er aber wahrscheinlich plot twist der alte mann meint das gar nicht genau oh no young warrior i am too old to be fighting but i wish you well you must hurry now if you are to save the little boy nezu ok bla 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 wir sollen halt ich mach das jetzt hier nicht in epischer länge wir sollen hier anscheinend einen äh kleinen jungen retten und werden jetzt in die zweite welt ok where am i ok ah man kann sich da bewegen das erinnert mich so ein bisschen an monkey island würde ich sagen kennt ihr noch diese übersichtskarte wo ihr denn über die karte lauft dann wollen wir mal gucken wie ihr seht vagabund tempel ok mal gucken wahrscheinlich muss ich jetzt kämpfen be careful friends you might hurt yourself with those swords ok blöde kommentare am anfang gehören dazu aber ist relativ kontextlos jetzt ne gucken ok so also springen steuerung ist normal streetfighter mäßig würde ich sagen wirkt etwas ähm träge muss ich sagen also springen wirkt träge wobei ich muss natürlich sagen hier zur aufnahme ich spiele es gerade mit einem emulator und äh mit einem xbox gamepad deswegen äh es mag auch an dem analog dings und ähm emulator sein das kann ich nicht sagen aber wenn es wenn die steuerung in echt auch so ist dann ist die echt kacke zack also so seite springen das geht irgendwie nicht wie gesagt ich weiß nicht ob das emulator liegt ich hoffe mal nicht wenn ja ist das also wenn es äh am spiel liegt und ich am emulator so wollte ich sagen dann ist das ein ziemliches no go würde ich sagen weil man sollte eigentlich vernünftig springen können also grafiktechnisch ihr seht es finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt aber ähm steuerungstechnisch scheint es probleme zu geben aber wie gesagt das unter vorbehalt musik ist halt die musik ne ich guck mal ob es hier noch gibt es äh Gargoyles peak okay ich hab jetzt gegen einen gargäuel okay keine ahnung gegen geist typen oder sonst was ist auch geil dass ich ja ob der schack so schnell in seine rolle gefügt hat ne und jetzt alle umwemsen will ich nehme mal an das alter habt ihr es gesehen gleich als startattacke äh diesen blitzschlag da also da konnte ich ja in der sache noch gar nichts machen vielleicht kann man ja blocken versuch mal so ein bisschen billig hier also der okay anscheinend geht das hier hat okay ich versuche hier also streetfighter kombos immer anzubringen okay äh der hatte einen ziemlich starken angriff zu anfallen aber ist jetzt sehr billig zu erledigen ich habe im prinzip nur den tretenknopf gedrückt wie ihr vielleicht wisst ich bin halt wirklich kein experte was fighting games angeht ne deswegen äh nicht wundern wenn jetzt meine performance äh schlecht sein soll ich sag einfach mal das ist das spiel ne ok zack ok boah alter habt ihr das gesehen mit einer blitzattacke äh drei viertel des lebens fast irgendwie erledigt halleluja pfi ich schätze mal das wird so eine mechanik sein wenn ich auch nicht was eingesteckt habe dass ich dann wahrscheinlich mehr scharen ausstecken kann wie man sieht zack jetzt habe ich in die ecke gedrängt ich würde sagen pro schack fu gamer retro panda würde ich sagen also wunderbar ähm ich weiß nicht also allgemein spielt sich etwas hakelig ähm ist es nicht so mein favorit ehrlich gesagt ist sie haben es irgendwie auf krampf versucht irgendwie cool zu machen wenn wir im story modus äh mit talala ok katzenfrauen sind sogar drin ähm hm also das ist schon wirklich so auf zwang versucht ich hoffe sie haben es ironisch gemeint und nicht ernsthaft ne aber die katzenlady muss natürlich dabei sein ne die ist irgendwie bei jedem spiel dabei ok der geht auf jeden fall nicht so leicht zu besiegen ja ansonsten wie gesagt ich finde es halt sehr seltsam dass das dass das sie irgendwie eine attacke machen man hat irgendwie gefühlt teilweise die hälfte der lebensenergie weg ich finde diesen ganz schlechten ruf also da habe ich hier schon wesentlich schlechtere spiele ihr leute die äh die serie regelmäßig äh gucken ich habe schon wesentlich schlechtere spiele also das hat natürlich einen schlechten ruf aber ich glaube das ist wirklich hauptsächlich so schack in einem kampfspiel warum ja aber aber das spiel an sich ich denke mal wenn ich mich tiefer mit beschäftigen würde da die gegner hier kombos anführen ne ich gehe ich mal einfach davon aus dass ich ähm auch kombos haben kann und so gesehen streetfighter die kampagne war auch nicht viel anders als kämpfen gegen alle anderen gegner und hier haben sie jetzt auch eine nette karte dazwischen gemacht ich würde aber auch sagen ich kann zu diesem spiel nicht großartig was sagen die steuern fühlt sich halt sehr träge an aber das habe ich jetzt schon gesagt und grafik ist in ordnung musik ist vergessbar halt aber also so kompletter trash finde ich das spiel halt nicht außer natürlich von der ganzen prämisse her ja ähm da galt mich eher wirklich schlechteres aber trotzdem vielen dank michael für deinen wunsch ich hoffe ihr hättet spaß und wie gesagt wenn ihr auch wünsche habt ab in die kommentare rein ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag egal was ihr noch vor habt macht's gut tschöó